Hallo Fabi, hast du eigentlich einen zweiten Vornamen? Marco. Wo wärst du gerade lieber als hier? Im Urlaub, im Strand, vielleicht ein Pinacolada in der Hand, sowas in der Art. Was ist die peinlichste App auf deinem Handy? Boah, hab ich keine, wahrscheinlich irgendein Spiel. Wie oft musstest du schon Leuten in den USA helfen, Mönchengladbach richtig auszusprechen? Ähm, die ganze Zeit eigentlich. Ich denke, das schaffen die auch gar nicht. Das ist auch viel zu lang für die und zu umständlich. Also deswegen sage ich meistens nur Borussia. Wofür hast du zuletzt deine gesammelten Flugmeilen eingetauscht? Für ein Upgrade. Wo ging's hin? Da ging's nur von, ich glaube, von Barcelona nach Hause. Was ist das schönste Schimpfwort, das du jemals in einem Stadion gehört hast? Weiß ich gar nicht. Hast du schon mal mit einem anderen Prominenten ein Selfie gemacht? Ähm, nein. Warum trauen die Leute dir nicht zu, dass du jetzt hier ein Fanlied singst? Ähm, weil sie wahrscheinlich recht haben. Schon mal im Fanshop nachgefragt, wie oft sich das Trikot mit der Nummer 19 verkauft hat? Nein, noch nie. Wofür hast du zuletzt zu viel Geld ausgegeben? Ähm, Urlaub. Wer ist der Prominenteste in deinem Telefonbuch? Äh, Ibrahim Atrori. Dankeschön. Das ist nervös. Und da sehr... Nein, da ist das. Untertitelung des ZDF, 2020